Bestimmt gibt es unter euch einige Doctor Who Fans, oder? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Falls das der Fall ist, kennt ihr sicherlich die Silurianer, die bei Doctor Who eine Spezies von Reptiloiden sind, die lange Zeit vor der Menschheit als intelligente Spezies die Erde bewohnten. Nach dieser Doctor Who Spezies ist die Silo-Hypothese oder Silurianische Hypothese benannt, also die Idee, dass es vielleicht auch in der Realität vor der Menschheit andere Zivilisationen auf unserem schönen Planeten gegeben haben könnte. Die ganze Überlegung hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Forscher haben sich rein wissenschaftlich mit der Idee einer vorangegangenen Zivilisation beschäftigt. Im Journal of Astrobiology ist eine Arbeit erschienen, in der der Astrophysik-Professor Adam Frank und NASA-Forscher Gavin Schmidt ausgearbeitet haben, ob wir eine vorangegangene Spezies überhaupt entdecken könnten. Gavin Schmidt sagt, diese Möglichkeit wurde bisher kaum untersucht. Man muss in ganz verschiedene Bereiche eintauchen und überlegen, welche Spuren man finden könnte. Dazu gehören Chemie, Sedimentologie, Geologie und viele andere. Da geht's. Das war der Grund, 노� wir waren. Was ist das? Die sind? Was ist das? Oder wenn wir nachdenken? Was ist das?